Willkommen zur nächsten Runde Neville Strike und zwar Lost Islands mit Leonhard und Daniel. Ja, wunderschön. Nur 400 Tickets. Ist das etwa nur ein kleines Conquest? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall fliegen wir direkt aus Bo zu. Ja, auch schön. Sehr schön. Dann können wir die Runde ja vielleicht an einem Stück lassen und es wäre auch sehr erfreulich, wenn wir die gewinnen würden. Und C nimmt man aus einer ganz schön weiten Range ein. Hab ich alles gesagt? Und Spaß, der hat geladen. Applaus, Applaus. Alter, die sind ja schon alle über C. Wer ist durch da? Ach, man sei um so ein Hoverboot. Ich muss voll sneaky vorgehen. Dann werde ich gleich von hinten weg. Komm, mal weg, mal weg. Gegenheilen. Komm, als ob. Wo ist er hin? Numero uno. Mal weg. Ich join mal bei dir, ne? Ja. Ja, der lebt noch. Alter, nein von hinten! Scheiße. Sniper Simon. Oh, das ist auch einer. Ja, das ist auch einer. Auf einem Nicht-Sniper-Server. Immerhin spielt Leo jetzt mit. Immerhin, ne? Immerhin. Ist aber voll ungewohnt, Shooter zu spielen im Moment. Warte, wo war das neulich? Ähm, bei... Was hab ich denn gespielt? Ach, ich hab Dota gespielt. Das war auch ungewohnt. Wollen wir wetten, dass es der Flug MH303 ist? Ha! Hier, komm, wir jumpen jetzt über den Träger hier. Nachst mit? Aktualität muss sein. Wo ist denn der Träger? Hier. Komm rein. Ich steh hier. Bevor ich abgeschossen werde. Ich seh dich gar nicht. Rechts. Ach, da! Junge. Ich dachte, du wirst auf dem Flugzeug drauf oder sowas. Nein, wir springen jetzt rüber, wenn ich's hinkriege. Obwohl, so gut geht das gar nicht. Warte, erstmal umgucken. Wo ist er da? Hui! Ja, ist jetzt... Perfekt hingekriegt, Band. Perfekt. Ist jetzt nicht so spektakulär. Wir kreisen ein bisschen. Es erinnert mich echt an Far Cry 3 so ein bisschen. Finde ich. Vor allem, weil's hier, glaube ich, auch den Funkturm gibt. Oder es war auf einer anderen Map. Lass mal zu A fahren. Da ist unser so'n coolen Wasserfall. Hier gibt's kein Funkturm. Ja, mach das mal. Ich möchte Wasser... Oh, der ist echt cool. Ja. Aber den haben wir. Da hängt schon die schöne Chinesen-Flagge. Warte mal, ich nehm mir auch so'n Gerät. Oh, ja, okay. War das da nicht festgefahren? Bisschen schief, aber sonst... Geht noch? Geht. Gut. Oh, ist so ungewollt. Warte, ich muss mal Autowäsche. Warte nochmal. Ja, genau. So, komm, wir cruisen jetzt hier lang. Ich bin hinter dir. Wow. Das ist ein bisschen schwammig in der Lenkung. Alter, wie geil das Untergedicht. Ja, die sind zwar cool, weil du 90 Grad... ...drehen fahren kannst. Das ist ja voll die... ...Physics-Engine hier, ey. Boah. Mann, lass mal Speedboard-Racing machen. Warte, 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 warte. Du bist, äh, vorgefahren. Ich komm nach. Oh, ich hatte früher so eins aus Playmobil oder Lego, weiß ich nicht. Das kann man perfekt lenken, Mann. Das war richtig cool. Naja, ist ein bisschen schwammig. Ey, wo fährst du lang? Im Kreis. Ja, genau. Komm, wir machen. Wir können irrer-Bahn, weißt du? Ja. Warte, ich bleib mal stehen. Komm mal zu mir. Ach, wir gewinnen noch. Ne, dann können wir das noch machen. Ey, das ist genial. Ich spiel jetzt Neville-Struck nur wegen diesen Teilen. Warte, ach, jetzt fährst du mir nach. Ich dachte, wir fahren uns entgegen. Achso, weil ich kann trägen. Ne, warte, ich will da mal rüberspringen bei den Träger. Okay. Full High Speed. Ich komm auch. Ja, das geht halt nicht, weil da die Insel ist und du kannst halt nicht so voll lenken. Also wahrscheinlich schon, aber ich hab's mit hingekriegt. Ich bin mit Schiff darüber. Das geht nicht besser. Äh, das Flugzeug war da irgendwie weggesprengt. Vor allem nicht so, wie du fährst. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch wieder in Evolution. Ich jump über die Steine. Wow. Ja, gut. Ich parke kurz aus. Macht so Spaß. Hier ist übrigens auch ein Funkturm, seh ich gerade. Ja, okay, dann ist das ja, passt sich das ja mit Fahrgarten. Drei und so. Fahr, fahr, fahr. Nicht verbrennen. Vote next map. Ja, wenn das auch wieder aufkommt, ist das gerne. Also der letzte Gehele stellt sich davor, sodass er nicht mehr springen kann. Okay. Oh, ich hab ne Idee. Okay, komm mal zu mir. Hast du noch einen? Hör, ich hab angeschossen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ja, fahr einfach nach der Map so. Hier. Guck mal. Falls. Hier, äh, warte. Ah, du warst fast richtig. Ach, da bist du. Ich will nämlich neben A rechts die Wiese hochfahren. Komme. Da ist nämlich richtig geiles Planschbecken. Ich knall dir grad nur gegen Räume. Oh. Jawohl. Ich bin drin. Da oben drauf, oder was? Ja. Komm hoch. Ist so cool. Ich werd grad angeschossen. Gucke. Vom Heli. Okay. Das war ein Jet. Willst du rein, oder bist du tot? Äh, der Warthog. Ja, ich komm, John, nach. Achso. Hä? Du lebst doch noch. Hier ist ein Gegner. Ne, ich bin tot. Scheiße. Ja, ich auch, ne? Egal. Ich hab wieder ACV. Der Erster hat schon so 3000 Punkte. Was machen wir denn als nächstes? Ich hab... Ich hab null. Stimmt. Das wär... Okay. Ach, ne. Das war's gar nicht du. Ja, ich bin bei dem drin. Kann ich hier... Ein Medikit? Ja, hier liegt ein Medikit. Ne, warte, ist ins Wasser gefallen. Also bringt sowieso nichts. Ja, ich kann Steine zerschmettern damit. Läuf. Ha, was? Wow. Hier, kill ihn. Das wackelt, das wackelt. Ich hab ihn nur getroffen. Ich bin ausgestiegen. Ich auch. Ich hab nachgeladen gleichzeitig, weil ich gut bin. Gert mich. So ein Deutscher. Wo ist der? Hinter dem Bunker. Ich hab den im Bunker. Zum Wasser hin. Schieß dich an. Scheiße. Ich spon jetzt bei dem Leader-Typen. Und geh ne Runde baden. Und wir gewinnen. Oh, da oben. Ich mach mit. Da sind zwei von beiden Seiten. Da kommen noch ein paar mehr. Ich mach wieder Verpflegung. Lol, der hat... Nein, scheiß... Es ist Vogel. Nein, guck bitte nicht auf die Seite. Zwei, vier. Nicht. Wo sind die denn hier? Ach, immer noch... Ne, was? Hä? Ey, wenn man darüber jumpen kann... Was ist das denn für ne Höhle? Ey, Leo, guck mal. Ach ne, du bist gar nicht hier. Schade. Ich komme gerade mit meinem Luftkissen. Ja, ne, da kannst du hier wahrscheinlich nicht hin. Hier ist irgendwie so ne Höhle. Die ist richtig komisch. Ich weiß nicht, wo du bist. Oben? Ja, ja, warte, ich steig mit ein. Bitte. Jetzt rechts. Ja. Du schießt mich. Ich muss aussteigen, sonst sterb ich. Ja, ich schwimm zu C. Lass das einfach verteidigen, das ist auch cool. Da sehen wir ein bisschen die Map und so. Hast du schon für Operation Mortar gewertet? F1, ne? Äh, hä? Ne, das ist Flash 1, ja. Vollkommen korrekt. Ja, wirklich, ne? Operation Rave Breaker. Nein, so heißt es zum Glück. Das ist ja so bitter. Einfach über die Operation. Operation, Operation, wie du? Operation Siege of Shanghai. Nein, das Behindertste wäre Dingens, ähm, Sand Crossing. Da habe ich wieder voll Bock drauf, so Battlefield 3 und so. Ich habe gehört 100 Folgen. Ey Leute, ich verkaufe einen Key, okay? Wer will? Ich habe gehört 100 Folgen, Special, ähm, alle Maps von Battlefield 3. Was? Der Chinese hat bei mir gerade Transe gesagt. Ey, hier ist wieder so ein Boot. Komm rein. Transe. Warum? Du hast In-Game-Chat gemacht? Mhm. Oh, du hast gerade wieder gekickt, ey. Wow. Voll natzen? Komm weg. Das überlebe ich. Das überlebe ich nicht. Scheiße. Das wäre so cool gewesen. Lol. Das SBS-Squad ist hier drauf. Jedenfalls einer. Das ist das von Fabian Siegesmund, Suicide Buggy Squad. Voll geil. Wenn die das wirklich sind. Das ist so genial und Spaß. Ach, der bessert mich. So, genial. Genial. Wenn nicht ausstehen. Ikea. Geil. Okay, der C4-Ostrich hat mich. Wimpel Otto. Afrokalypse, ja genau. So, kann ich dir nachschauen? Ja. Ist eher ungünstig. Ach doch. Alter, was brennt denn da? C. Flugzeug. Ja, das werden wir wohl gewinnen. Oh, das ist cool. Lass mal drauf schießen. Und auf den Jet auch. Das hält mich aber echt am FH3. Wollen wir aussteigen? Einnehmen? Das wird jetzt schrotten. Also, steig schon mal aus. Leute, ich film's sogar noch. Genial. Ich steig trotzdem aus. Ah, da sind viele drin. Pass auf. Einen hab ich mit. Und der andere hat noch 75 HP. Irgendwann gekillt. Hm. Seh ich. Ich war nicht gekillt. Cool. Ich bin im Boot. Ich find's sieht cool aus. In 10 Jahren werden wir sagen, was für ein Scheißer, aber sieht cool aus. Ich sag's jetzt, aber gut. Das war ne Slam. Die neuen Anti-Air-Minen sind cool. Hab ich leider noch nicht freigeschaltet. Wie so vieles in dem Spiel. Der Wild Gamer ist voll gut. Hahaha, Spaß. Hahahaha, Spaß. Hahahaha, Spaß. Hahahaha, Spaß. Hahahaha, Spaß. Was denn? Ich hab irgendwie getötet. Wah, das ist ein Frustlachen. Das kann ich einfach nicht dulden. Nee, eigentlich nur auslachen. See you later, Alligator. Der Nigma ist online. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Das ist der, mit dem ich, äh, geschrieben hab. Im Battlefield, Chatterfield. Achso. Der Typ. Aber die Folge ist noch gleich drauf. Und wir dürfen, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon sagen dürfen. Weil das verschiebt sich ja doch immer noch einiges, um aktuellere Videos zu bringen. Jetzt krieg ich eine Sist, oder was? Hä? Ist ich dein Ernst? Komm schon. Alter, Wimpel-Otto ist gerade in Warthog und macht voll viele weg. Nö, ich kann ja einfach sagen, dass, äh, dass was mit Nigma und dann mit Danny kommt, dass ich und Danny und Enigma und so uns recht gut verstehen, auch öfters im TS sind. Zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Keinesfalls böse gemeint war, aber eher spart. Da, im Busch, im Busch der Neger. Ähm, äh. Pfff. Offiziellen Klinik hier in der Gegend bei einem Vortrag in der Schule. Er hat nämlich gesagt, dass er schaut euch wahrscheinlich jetzt alles wie ein... Ich hab schon. Voll ausnutzen, dass du's sagen darfst. Ich könnte auch lustige Reime damit bringen, aber das ist mir vollkommen egal, Mann, gerade. Hä? Rückwärts. Das war kein Reimer, war scheiß drauf. Alter! Hier ist so eine unsichtbare Mauer, wo keiner drüberkommt. Voll cool. Nur noch 14 Tickets. Tickets? Und die verliegen hier, die gewinnen sollen. Ich würd gern mal meine Stuts sehen, die hab ich lange nicht mehr gesehen. Ich bin, äh, letzter Platz. Wollen wir wett? Wieder überleben! Woo! Oh, das war wer anders. Piss dich. Piss dich, na na na. Wow, Wimpelauto. Memo Atock. Das kam aber ganz schön spät. Da hat er wohl die Kackladung fallen lassen. Ich nehm jetzt noch das Auto. Was? 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 Steht da? Nein! Steht da nicht die nächste Map? Was hier oben geht's grad ab? Wohl eher da drunter. Immer noch 10 Tickets. Los, zieht sie den Eck. Oh, ich springe durch den Wasserfall mit dem Fallschirm. Wunderschön. Und werde freundlich empfangen. Hm. Wimpel Otto 14.1 wahrscheinlich immer noch in seinem Jet. So, ich bin bei dir. Oh, das war eine geile Aktion. Warte. Los geht's. Rainer. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Oh. Ja, Operation Mortar. Spielen wir noch? Ja, oder? Hm. Heli schreibt mal mit I. Ich wollte Hey schreiben, als ist das L reingekommen. Er schreibt Sorry for L, oder so. Aber minus L. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.